NAY NAY entscheidet sich dafür sogar vorzugehen, vielleicht für Kills zu spielen. Nummer 6 muss dafür dann aber am Leben bleiben. Jetzt kommt er hinten durch. NAY mit dem ersten Kill. Vielleicht auch gleich mit dem zweiten. Mit dem zweiten. Mit dem dritten. NAY Nein. Oh mein Gott, nein. Tix holt den ersten. Oh mein Gott, Tix. Und er holt die Runde. Tix holt die Runde. Eins gegen drei. Tix mit den absoluten Klatschen. Der Gleit. Noch mal hin, da! Noch mal dahinter, check! Zwei, beide, eins! Noch mal! Fünften Sekunden, das ist nicht mehr viel! Einen Break hat man jetzt vielleicht noch! Jules mit zwei, Quindo kommt in den He, kriegt noch mal einen Ticket! Wichtigster Gang von der ganzen Series und den verliert, der Jules ist da!